Tut mir leid, ich hab sie nicht gewählt. Mann, wieso dauert das so lange? Hast du das Geld? Ja. Los geht schon her. Siehst du, ich hab doch gesagt, dass der Job interessant ist. Hatte ich nicht recht? Ich möchte, dass du einen Freund von mir triffst. Poligato. Zeig ihm das hier, dann weiß er, dass du ein Freund von mir bist. Ich muss jetzt gehen. Willst du mit mir reden? Du musst der Neue sein, von dem alle reden. Willst du dir was dazu verdienen? Hey, klar. Was soll ich machen? Die Tatalias haben in Little Italy mächtig Druck gemacht. Seitdem bezahlen die Geschäftsleute sie und nicht uns. Rede mit den Geschäftsleuten und zeig ihnen, wen diese Stadt gehört. alles. Eine weg? Alles. Es geht ja nicht. Alles. Ein Törtchen für unterwegs? Du brauchst eine ordentliche Kanone? Ein gutes Geschäft. Wie viel kostet das? Sagen Sie einfach, was Sie wollen. Ich könnte ein paar Freunde vorbeischicken. Okay, ich hab schon verstanden. 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 Don't miss, Cap! Ich biete Ihnen im Namen der Corleones an, Ihre Bäckerei zu beschützen. Du machst mir keine Angst, Corleone Bandart. Du machst mir keine Angst, Corleone Bandart. Du zerkartest, Mistkerl! Schön, hatten Sie es hier. Sie sollten hier wirklich mal aufräumen. Wenn ich die einfach machen wollen! Seien Sie ein braves Mädchen und geben Sie mir, was ich will. Na gut, ich hab verstanden. Ich bezahle. Du bist nicht meine Liga, Kleiner. Mit dem Stuhl ist Schluss, wenn Sie die Corleones nicht beteiligen. Kapiert? Hau ab! Gar nichts kriegst du! Ich würde Sie nur ungern töten. Also gut, ich hoffe nur, dass Sie wissen, worauf Sie sich einlassen. Was ist ein Problem, Mann? Ich habe keine Angst, was ich mir ab. Oh, nicht wahr, nein? Soll ich mir zur Verfügung. Soll ich ein wenigstens. Ich habe eine Ahnung. Ich habe sie überrasst. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich brauche Hilfe! Hier stehen einige hübsche Sachen. Sind Sie eigentlich versichert? Nein, Sie können mich nicht zwingen. Nein, Sie können mich nicht zwingen. Das gibt es doch nicht. Aufhören der Seite! Man weiß nicht, wo so ein Vierschläger landen. Wenn ich hier fertig bin, brauchen Sie jagen, um alles wieder zusammen zu klicken. Aufhören! Sie haben gewonnen! Sie können mich nicht zwingen! Die Autos sind hier. Aussteigen. Die Autos sind hier. Aussteigen. Die Autos. Die Autos sind hier. Aussteigen. Die Autos sind hier. 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 Ja, ich komme jetzt mal mit den liebsten Waffen. Ich brauche Hilfe! Wir gehen jetzt schon mal an. Einmal rumfahren. Ich muss das noch mal an. Ich bin nur noch nicht so weit. Ich bin nur noch nicht auf. Ich bin nur noch nicht so weit. Suchst? Und? Gibst du ihr eine Chance? Tut mir leid, Junge. Ich hab nichts zu verschenken. Oh, dumme Krass. Ich hab zu... Liegt sehr gut. Ein bisschen mehr Geld brauchst du schon. Du brauchst eine ordentliche Kanone, stimmt's? Tut mir leid, Junge. Ich hab nichts zu verschenken. Ich hab nichts zu verschenken. Ich hab nichts zu verschenken. Hier, hier, hier. Ich hab nichts zu verschenken. Hier, hier. I getestet Da kann ich später gehen. Das kann ich später gehen. es ist sehr nett, dass die armen Schweine etwas abkaufen verschwinden sie oder sie sind trocken jemand muss die polizei rufen schützt 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 wo ist sie ich mache ihnen ein Angebot Finger weg von den Corleones oder sie sterben verpiss dich Kleiner aussteigen schützt die Mafia ich sehe sie nicht die Mafia 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 Und so brauche ich mal ein bisschen. Untertitelung des ZDF, 2020